Hallo Kanzler, heute machen wir wieder ein Smoothie Video und das klar zeigt mir wieder und zwar ein Granatapfel-Smoothie mit Banane Haferflocken Weizenkeimen Kokosflocken und Milch Das ist die Banane Dann die Granatäpfel Granatapfelkerne Granatäpfelkerne sind sehr gesund die haben viele Vitamine drin und ich mache dazu mal ein einziges Video auch wenn sie richtig an die Kerne kommt das ist ein bisschen kompliziert jetzt die Milch mit dem 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 Ich werde jetzt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.